So, und damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Ja, wir hatten gerade ein kleines Verbindungsproblemchen, weil hier der mit dem blauen Auge der Junge, der hatte so ein kleines Internetproblem scheinbar. Tja, passiert mal, ne? Wollte ich gerade sagen. Passiert mal. Wir versuchen es also nochmal, wir müssen halt noch so ein bisschen, also wie der Anfang von vorne quasi, so lala zumindest. Ja, also so, aber auf jeden Fall erstmal. Wir haben aber zumindest, wuch, Entschuldigung, wieder falscher Knopf. Ne, das war schon richtig. Ne, ich habe zuerst den Zeigeknopf gedrückt. Was so. Und, ja, was wollte ich sagen und nicht lügen, wir haben jetzt zumindest erstmal rausgefunden, was wir so ungefähr machen müssen. Ja. Ja, genau, das ist, die Portal sind schon mal, falls ich es richtig. Ich muss mal eben ganz kurz das eine nochmal ein bisschen mittiger schießen, so. So, warte, kommt. So, wir schießen den ganzen Schmutz nochmal neu. Noch einmal. Schmuddel, schmuddel, noch einmal, jawohl. Läuft. Schmuddel, schmuddel, noch einmal. Blob. Ja, sieht ganz gut aus, ne? So, jetzt musst du herkommen. Ich glaube, so, jetzt musst du herkommen. Ja, ja, warte. Blob. Da musst du nämlich auf diese Plattform. Hey, und du möchtest da rüberspringen? Ja. Bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Oh mein Gott. Yes. So, wie komme ich da jetzt rüber? Warte. Ja, kannst. Ah, okay. Jetzt, weil jetzt hupst du nämlich und dann kommt, weil hier ist ja diese, äh, dieser Steg. Alter, ist das creepy. Ja, so schwer war es dann irgendwie doch nicht, aber irgendwie doch, ne? Ja, da haben wir uns wieder mal schwerer getan, als wir waren. Ja. Ja. Meine Güte. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch, weniger tödliche Tests. Lächerlich. Ja, schön. Können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können? Ähm, ja, vielleicht waren die Vorgänger einfach schon tot. Genau. Na, schauen wir mal. Hui. Hui. Huah. Ja stimmt, wir werden überhaupt nicht mehr demontiert, ne? Wir werden einfach nur noch in eine Grube geschossen. Ja, das ist, ja. Da fallen wir lassen. Ach, ja. Schwerer getan, als eigentlich. Um die Kammer zu erreichen, müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung habe ich die Tests extrem schwierig gestaltet. Ach, du grüne Leiter. Oder extrem tödlich, doch wir wissen, dass dank eurer wunderbaren Remontagefähigkeit nichts tödlich ist. Mhm. Was macht Sinn? Äh, was zur Hölle? W-w-was? Was? Warte mal, was? Du bist wieder schneller, als ich denken und gucken kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ja, ja. Ich habe irgendwie so gerade das Gefühl, dass ich jetzt nichts mehr machen darf. Wieso? Weil du quasi, äh, wir müssen uns sukzessive vorarbeiten. Das heißt, ich muss, glaube ich, meine Portale müssen bestehen bleiben, weil die werden mit dieser Lichtbrücke hervorsagt. Huah. Huah. Hä? Ich wäre gerade bei deinem Abstand. Da kommt irgendwo der Blob raus. Ich weiß nur nicht wo, haben wir irgendwo einen Schalter? Stimmt, hier, hier oben ist, hier oben ist, hier oben ist, hier oben da ist wer. Da ist, und da ist ein Schalter. Ja, auch da ist der Schalter, okay. Äh, dann kommen wir mal bitte wieder runter. Ähm, ich brauche mal, warte mal, ich mache mal, ich mache mal, kann ich meine Portale wegmachen? Ne, geht das mal nicht. Ähm, mach mal dein Portal bitte, also dein dunkelblaues oder lilanes oder was auch immer. Ähm, was hast du gesagt? Da ist der Schalter, ne? Mach das mal irgendwie da so hin, glaube ich, oder? Passt. Wieso, passt? Achso, warte mal. Ich gehe mal eben hier auf die Brücke gucken, ob ich da rüberkomme. Ja, das passt, perfekt. Los, nicht wegmachen. Nein. Klopp. Der fällt jetzt aber ins Nix. Achso, ja, warte. Ähm. Hm, wie mache ich denn das am Geschick? Gehen wir wieder zurück? Ja, warte, ich bin auf dem Weg. Lach, 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 lach... Jetzt muss mit deinen Portalen irgendwas gemacht werden, ne? Ja, das ist richtig. Ähm, alternativ, würde ich sagen, mach mal dein Portal da so hin. Wenn du dunkles. Genau, dann mache ich meins da hin. Uäh! Das andere da so. Ne, zu weit links, äh, rechts. So, ne? Was ist das? Ich kann das schwer einschätzen, Ralf. So muss das weit... Äh, wo läufst du hin? Doch, das passt. Okay. Ja? Okay. Und dann kommt der Blob hoffentlich auf die zweite, äh, Demonstration. Ja. Äh, okay, ja. Und was jetzt? Jetzt wird's schon schwierig. Nein. Wieso? Nein! Nein, nein, nein! Die Scheiße! Ach, shit! Die Kreuzer-Akku, jetzt wird's schon schwierig. Ja, schade, ich dachte, ich dachte, ich dachte, ich dachte, das hätte geklappt, ey. Mist! Ja, okay, auch ein neues Versuch. Vielleicht müssen wir den Blob ein Stück weiter rechts setzen. Ja, nur wie. Ach, du meinst die Brücke, oder? Ja, genau. Dass du dann quasi nicht direkt runterfüllst. Ja, bei der anderen Seite. Äh, du musstest den da hinten hinsetzen. Damit es in mein orangenes Portal reinspringt. Irgendwie. Genau so. Und das letzte... So. Ja, genau. Wunderbarste. So läuft besser. Kannst du mal kurz noch umgucken, ob das vom Blob technischen her da... Ja, passt noch, oder? Ja. Ja, okay, alles klar. Nur, dass ich mich aus Versehen das zu weit rechts oder links positioniere. Äh. Pff. Oh. Was ist das? Hat's noch gereicht? Ein bisschen was ist draufgekommen, aber nicht viel. Aber, nee, nicht viel. Erreicht das wohl? Uah! Oh! Oh mein Gott! Ja! Oh! Das ist ein kleiner Klecks! Das ist ein kleiner Klecks! Joa. Aber reicht scheinbar. Ja, jetzt musst du es auch noch... Musst du einfach auch noch da lang, ey. Achso, ja. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ich komme bestimmt gleich wieder runter. Ich kenne mich doch. Von dieser kleinen Klecks, ey. Äh. Wäh! Das geschafft. Joa. Oh Gott. Oh Gott. Thank you for keeping our enrichment spheres clean. Was? Hier unten am Boden. Achso. Enrichment sphere, okay. Und ich dachte schon, das geht jetzt hier nicht... Also ist jetzt hier vorbei. Wie geht's da lang? Achso, auf eine Ringe. Da hinten. Da hinten. Das ist jetzt hier. Äh. Blub, 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 blub. Wieder in keinem X hin machen. Hm, da oben? Ach nee, da kommen wir ja nicht hin, ne? Wow. Hoppla. Oh, ich dachte, das wäre... Das wäre ein bisschen weiter da drüben. Ja, das war natürlich doof. Ähm... Hm, tja. Hier ist sonst nix. Einfach nur Morro. Hä? Wo ist denn das? Hä? Ach, da hinten geht's noch weiter. Da hinten ist noch ne... Oh, Portalfelche. Äh. So. Äh. Du musst da durch? Weil dann kannst du da hinten hin und ein Portal... Oder was? Ich wollte mal kurz gucken, wo das hinploppt. Da, äh, da irgendwo, da hinten irgendwo. Ja, warte. Ach nee, jetzt musst du durch. Genau, und jetzt drück ich den Knopf. Warte, ja, ja. Blub, der drauf? Der Blob hat sich auch verblubbt. Also warte mal. Ähm. Wie mach ich denn das jetzt? Ich spring mal wieder zurück. Äh, ich spring mal eben hier runter. Ähm. Wenn ich jetzt den... Hä? Wie soll ich denn das machen? Ach so, warte mal. Kann man den Block ablegen? Kannst du hier rüber... Ach nee, warte mal, da ist dein Portal ja weg. Äh, Mist. Wie soll denn das funktionieren? Hm. Nein! Ach, shit! Ja, das meine ich ja, dass du dann... Nee. Du kommst ja nicht hin, weil der Portal ja wegkommt. Nee, ich bin zu nah an diese... Ich bin zu nah dran gekommen. Shit. Hm, nee, so geht das auch nicht. Ich hab jetzt ein bisschen Blob hier auf die Lichtbrücke gemacht, die jetzt hier ist. Ähm. Kannst du nochmal den Blob-Schalter drücken, bitte? Ähm, warte mal. Kommst du hier oben an die Tür? Kommst du da hin? Ganz normal? Ja, ich brauch nur einmal nur noch den Blob. Dass du mir den Blob hier hinschmierst quasi. Ja, danke. Äh. So, jetzt... Aber jetzt kannst du nämlich, ähm, Portale hinschießen, wo meine sind. Wo meine sind. Ach so, ja, dann geh mal runter kurz. Ja, ich bin schon... Ach nee, warte mal, die ist ja... Die ist ja noch. Die ist fester. Warte. So, und dann warte. Äh, wäh. Da, ne? Ja. So, jetzt. Nein! Das geht nicht. Was denn? Die endet hier. Hä? Die endet da, hä? Warte mal, ich hab die... Ich hab die zu weit links gesetzt, oder? Ja. So weit rechts bin ich. Äh, warte mal, wie kann ich die dann... Kann ich die weiter rechts setzen? Ja, 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 viel besser. Oh, Gott sei Dank. Genau, und dann muss noch irgendwer den Blob-Schalter drücken. Wieso hier, und ist doch noch Blob. Ja, aber mit dem kommst du, glaub ich, hier hoch, nicht hoch. Da reicht nicht aus. Ich meine, also von der Sprungkraft her. Ich brauchte eben auch noch Blob da drauf, damit ich da hochkam. Warte mal, kann ich den... Mach mal die Lichtbrücke weg, weil ich fall dann ja in einem gewissen Grad. Äh, hä, was? Mach mal, mach mal deine Lichtbrücke irgendwie weg. Mach mal die Lichtbrücke weg, oder so. Wenn das geht. Äh, ja. Okay. Oh, runterfallen, ne? Du kannst dich, wenn du da dich hinstellst, kannst du auch stehen bleiben, ohne dass du springst. Ich wollte gerade mal überlegen, wie ich jetzt den Blob da hinkriege. Ohne dass da... Na doch, hier, hier, glaub ich, hast du ein Portal hingesetzt, ne? Nee, nee, nee. Äh, ich glaube, man kann da irgendwie ein Portal... Warte mal. Wie, das hört sich so viel... Wo kommt denn der Blob raus? Der Blob kommt von da. Ah, warte mal, warte mal, hab ich eine Idee, oder? Nee, warte mal, ich hab keine Idee, glaub ich. Das wird die Licht... Nee, wenn der Blob da reinsch... Nee, das macht dir auch keinen Sinn. Du kannst die Portale, dass du übergreifend irgendwie... Also, dass du... Dass du übergreifend wechseln kannst, ohne dass du durch die Barriere musst. Äh, äh, ja. Die Portale irgendwie verbinden, aber... Dass wir jeweils ein Portal hier von uns hier haben, und ein Portal von jeweils anderen drüben. Warte mal. So... Und so könnte ich das ja machen, ne? Dann könntest du jetzt... Ja, stimmt, ich kann da durchgehen. Rüber... Aber die Frage ist, wie kriegst du jetzt das Portal darüber, damit du an den Knopf kommst, um das Blob-Scheiß-Zeug da hoch zu machen? Huuuuh... Huuuuh... Mach mal, dass der Blob hier drauf kommt, oder so. Vielleicht kann ich von hier einfach hoch rüpfen. Oh, das ergibt Sinn. Warte. Okay. Ach, das ergibt Sinn, klar. Ja, von da aus müsstest du es wirklich locker noch da oben schocken. Ah, läuft! Oh Gott! Das ist klar, dass sich nicht wund... oder nichts dazu sagt gerade. Hey, ich brauche mich nicht mehr raus. Kein spöttischer Kommentar von Glarus. Gemein. Och. Da hatte ich mich so drauf gefreut. Oh Gott, oh Gott. Dass eure Tests nicht wirklich wissenschaftlich sind, hat euch hoffentlich nicht traurig gemacht. Nein. Ist nicht bereits diese Einsicht selbst eine Art von Test? Nein. Überhaupt nicht. Glückwunsch zum Abschluss des Tests. Sarkastisch. Mhm. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade was versehen. Ich wollte nämlich gerade auch das machen. Nee, Entschuldigung. Hm, alles vollklecker. Jetzt wird's interessant. Hier müssen wir auch noch was hinmachen, ne? Hast du schon gedrückt? Nein. So, warte. Hey, wie viel kommt denn da raus? Bäh. Alter, wir alles voll alles dreckig machen hier. Mach's ja nichts. Ich will nur da hoch. Nein. Das klappt so nicht. Wuh. Äh, was? Ich steh auf der Lampe, guck mal. Hallo. Ich steh auf der Lampe. Oh. Hallo. Hallo. So kann man auch hier hochkommen. Na. Wie bist du da hochkommen? Ich bin einfach durch das Portal hier. Hier, da. Hm? Da ist mein Portal, das blaue, unten. Ach, das so. Okay. Hui. Hallo. Hallo. Wir hätten das wahrscheinlich auch... Ach ja, das war auch egal. Kann man da oben was dann schießen? Nee. Da ist auf jeden Fall der Exit. Äh. Hup. Klapp, klapp. Bäh. 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 So hiergegen müssen wir hier ziehen. Ah, okay. Das heißt, wir müssen gleich irgendwie da... Also da so und... Nee, du musst das... Warte mal. Ja, warte mal. Erstmal müssen wir hier hochkommen. Das Portal lass ich jetzt. Äh. Kommst auch... Bäh. Komm mal hier hoch. Warte mal. So. Äh. Hallo. Da muss ich mein... Genau, mein anderes. Boah, iiiiih. Was? Boah, Alter. Iiiih. Ich folg dir einfach mal. Oh, mein Gott. Oh, uh. 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 Oh Gott. Ich hab's aber nicht geschafft. Ey, Menno. Ey, du hast es nicht geschafft. Keine Ahnung, ich bin da nicht hochgekommen. Was? Okay. Muss ich halt nochmal probieren. Das hat kein Problem. Das hört sich so komisch an, wenn du über dieses... Du brauchst jetzt da noch eins, ne? Ja, ja, aber ich mach mir was selbst wieder eins. Ja. Ne. Oh Gott. Boah, lass mal da machen. Ja, okay. Oh Gott. Das hört sich total fies an, wenn du über dieses Blockzeug klopfst. Das hört sich an, als würdest du über so... Mit deiner Hand über so einen Luftballon schaben oder so. Ja, so ein bisschen, ne? Ach, ja. Wie dieses Quietschen. Ja, genau. Und das kann ich überhaupt nicht... Thank you for keeping your... Uh, our Emergements, your skin. Ach, oh, nee. Oh nein. Schon wieder sowas. Och, nee. Oh, ich hab schon das Level mehr vorbei. Oh mein Gott. Äh, äh. Wo, wo... Wo schießt du das immer hin gleich? Ich guck mal gerade. Man merkt, dass du ein Kerl... Was? Moment. Warte, ich lauf mal da rüber, ne? Ja, 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 ja. Ich guck mal eben, was da so ist. Ja, du musst da rüber laufen, weil ich würde mir dann meinen eigenen... Den Boden unter den Füßen wegziehen. Äh, ich komm da nicht rüber. Was kann ich hier sonst so machen? Kann ich hier irgendwie ein Portal schießen? Das geht schon mal nicht. Ach, hier oben ist was. Warte mal. Die Frage ist nur... Was mach ich damit? Kann ich da... Ach, warte mal. Ich hab ne Idee. Drück nochmal den Klapp, bitte. So, warte. Äh, nochmal bitte. Ich seh's gerade. Stimmt, dann machen wir wieder, wieder. Hüpft, hüpft, hüpft. So, warte. Ähm, ich muss nochmal irgendwas kurz was zu suchen. Ah, nee, das geht nicht. Äh, versuch nochmal bitte. Drück nochmal bitte. Nein. Na, okay, das plattert nicht bis nach ganz unten. Aber egal. Ich glaub, jetzt musst du einfach da hin und her hüpfen, oder? Kannst du, kommst du an einer... Die Frage ist nur, wo komm ich da hin? Ach so, da komm ich da oben durch. Ah, alles klar. Ja, warte, warte, warte. Ich versuch's mal. Hä? 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 Was war das denn? Hä? Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Wollt ihr das in euren Speichernahmen? Was? Ich muss hier nochmal versuchen. Warum ist das einfach kaputt gegangen? Warum ist da überhaupt irgendwas kaputt gegangen? Hä? Oh, warte, ich... Stop, 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 warte, 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 ich muss nur kurz was... Ne, okay. Okay. Ich versuch's mal. Ich versuch's mal. Ich versuch's mal.